Was soll man sagen in der aktuellen Situation? Es geht aufwärts und es gibt überhaupt keinen Ansatz dafür, dass der Markt auch nur ein bisschen die Idee hat zu drehen. Wir sehen es, wir haben witzigerweise ein ganz schönes Muster hier. Jeden zweiten Tag wird kurz nachgedacht, ob man nicht vielleicht doch dreht. Hier irgendwie so mehr oder weniger Pseudoumkehrsignale und dann allerdings, ach komm hier, lass uns mal weiter marschieren, gibt es wieder einen heftigen Tag. Heute ist also wieder so ein klassischer Umkehrtag. Also diese Regel, die solltet ihr nicht zu ernst nehmen. Das ist nicht wirklich so. Aber in der letzten Zeit war es halt häufig so, dass man jeden zweiten Tag mal so ein bisschen Pause gemacht hat. Dafür stehen wir dieses Mal, also am heutigen Montag, ja noch einigermaßen stark da. Der Rücksetzer, ich beschrei ihn jedes Mal, allerdings nicht mit Hinweis, dass er jetzt kommt, sondern nur mit Warnung. Bitte, bitte nicht übermütig werden. Es kann natürlich jederzeit deutlich runtergehen. Es wäre sogar sehr natürlich, aber nach wie vor, auch heute beim DAX, gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Marktteilnehmer das ernst nehmen. Also auch heute noch gilt, dass der Markt im bullischen Moment ist sozusagen, also weiter nach oben strebt. Auch wenn ich erwarte, dass der Kurs runtergeht, er tut es nicht. Und deshalb bitte, bitte nicht jetzt schon mal vorauseilen Short gehen. Das ist zu früh, wenn man das jetzt an der Stelle macht, aber achtet darauf, wenn der Markt dann wirklich mal irgendwie was nach unten triggert. Auf Wochenbasis, die letzte Woche zumindest mal nicht, die aktuelle Woche, na gut, die ist ja noch nicht ernst zu nehmen am Montagnachmittag. Der Tageschart, er sieht wunderbar stabil aus, da gibt es nichts zu sagen im vier Stunden oder irgendwie Intraday-Tag, Intraday-Chart. Ja gut, so ein bisschen der Vortrieb ist hier verloren gegangen, aber Vortrieb verlieren heißt noch nicht automatisch, dass es nach unten geht. Also nach wie vor gilt, wer long ist, zieht einfach einen Stop hinterher, freut sich und sagt sich, oh bitte lauf doch noch, lauf doch noch, lauf doch noch. Wer nicht long ist, muss entweder in die Tischkante beißen oder eben versuchen auf kleineren Intraday-Niveaus. Viele sagen, naja, ich will einfach hier irgendwo einsteigen. Naja, aber gut, dann steig halt irgendwo ein, aber du musst halt immer dir darüber im Klaren sein, wie ist denn die Stopp-Überlegung und wie weit sind denn da die Ziele noch? Natürlich kann das noch weiter klettern, das kann auch noch sehr viel weiter klettern, allerdings typischerweise wäre eine Pause mehr als fällig. Aber sie muss ja nicht sofort kommen, im Moment kommt sie nicht. Was soll ich euch sagen? Also für uns ist es nichts, hier einfach blindlings einzusteigen, dann rechnet damit, dass ihr am höchsten Punkt einsteigt. Das solltet ihr euch dessen bewusst sein. Eine Alternative ist, dass wenn ihr irgendwie eine starke Aufwärtsbewegung habt und der dreiwellig irgendwie A, B, C runter geht oder irgendwie korrektiv, dann sind das Anzeichen dafür, wenn ihr starke Seite aufwärts, schwache Seite abwärts habt, dass man dann auf kleinerer Ebene vielleicht nochmal reinkommt. Das kann im 5-Minuten-Chart sein, das kann im 15-Minuten-Chart sein. Ja, und da müssen sich die, die auf Tagesbasis am liebsten handeln würden, halt dann mal hinsetzen. Sie müssen ja nicht Intraday gucken, aber dann gegebenenfalls abends gucken, haben wir diese Verhaltensmuster noch? Kann ich da irgendwo einsteigen und dann den Trade entsprechend vorzubereiten? Zur Not, also wirklich zur Not aus meiner Sicht, halt den Einstieg, also den Stopp hier irgendwie, diesen Nachziehstopp, sagen, ich steige jetzt hier ein, ich riskiere jetzt hier diesen Initialstopp und ich hoffe mal, dass es weiterläuft. Kann man machen. Ich finde es nicht so toll, ehrlich gesagt. Man springt nicht gerne auf abgefahrene Züge auf, sondern man wartet dann halt auf den nächsten, hat schon damals Kostolani gesagt, wenn auch seines Zeichens eher Investor und nicht Trader. Trotz alledem, mir ist halt nicht so ganz wohl dabei. Wenn ihr aber sowas macht, dann guckt gegebenenfalls auf den kleineren Ebenen und guckt, dass ihr reinkommt. Der einen dann vernünftigen Stopp setzt und dann sagt, okay, jetzt bin ich drin, zack, jetzt gucke ich es nicht mehr an, jetzt hoffe ich, dass es weiter klettert und ziehe nur einfach den Stopp noch hinterher. Das scheint mir eine Möglichkeit zu sein, damit umzugehen. DAX Future, kann man auch noch kurz drauf gucken, sieht grundsätzlich ähnlicher aus, aber auch hier sieht es da hinten so ein bisschen aus, als ob er jetzt ein bisschen im Pause-Modus ist. Aber ich habe es ja schon angedeutet, jeder zweite Tag ist ein bisschen von Pause gesegnet. Aber so richtig Short-Signale sind das alles ehrlich gesagt noch nicht. So ein bisschen Short-Signal, wenn man also der ängstliche Typ ist. Nicht jetzt massiv, bitte nicht jetzt das als überbewerten, aber wäre, wenn wir so diese Zwischentiefs, weil wir haben immerhin diese Aufwärtsbewegung, das ist eher eine schwächere Bewegung im Gegensatz zu dieser hier. Aber wenn wir ehrlich sind, auch die ist einigermaßen schwach, weil auch die stark überschneidend ist. Also so richtig auf die Short-Seite, weiß ich nicht. Im Moment sehe ich es noch nicht, zumindest mal nicht mit der Notwendigkeit, hier mega aktiv zu werden. Wer zumindest mal sich irgendwie platzieren will, der kann hier, ich mache das nochmal groß, das ist besser erkannt, kann hier auf diesen Zwischentiefs hier agieren. Das hatten wir heute um 15.10 Uhr. Dann sagen, okay, wenn wir da durchgehen, dann gehe ich mal so ein Zwischenshort. Nicht mit der Ankündigung, dass das um tausende Punkte zwingend fallen muss, aber dann wäre zumindest vorläufig so ein bisschen nochmal tiefer nicht so abwegig. Na gut, also, bullischer deutscher Markt, was soll man anders sagen dazu? Das ist beim Dow Jones gar nicht so groß anders und dementsprechend auch die Verhaltensweise, wer drin ist, weder im Wochenschadenumkehr noch im Tageschart. Wir hatten hier zwischendurch mal eine Pause, die sieht man hier, aber insgesamt alles völlig unkorrigiert. Das heißt, die Pause steht noch bevor, aber eben aktuell nicht an. Wir sehen das hier, dass der Kurs einfach weiter nach oben gelaufen ist. Hier so ein bisschen, ich habe es letzte Woche gesagt, der Sondereffekt nochmal mit dem Verfalls- oder Kontraktwechsel, so muss man sagen, hier ja schon der Märzkontrakt in Charge, wenn man so will. Aber auch hier seht ihr, starke Seite, schwache Seite. Ich habe es letzte Woche mehrmals erwähnt, wenn ihr so ein Verhaltensmuster habt, die sind es dann, mit denen man hier irgendwie was machen kann. Also wenn ihr irgendwo was seht, was so aussieht, dann, wenn ihr es verpasst habt und noch reinsteigen wollt unbedingt, dann nutzt wenigstens irgendwelche solchen korrektiven Rücksetzer, damit ihr nicht am höchsten Punkt einkauft und der Kurs dann dreht, völlig unkorrigiert und dann eben dynamisch nach unten geht. Das ist dann nicht so attraktiv. Also Rücksetzer in irgendeiner Form abwarten. Ich fände es im Großen, also für die längerfristig Orientierten, ganz schick, wenn er das macht. Das steht durchaus, ist also die Möglichkeit besteht, aber ob das jetzt passiert, ob das später, das sehe ich jetzt nicht. Also ich sehe keine Anzeichen dafür. Keine Anzeichen. Ich kann es nur häufig genug wiederholen. Ich hoffe, ich langweile euch damit nicht. Aber wenn er das macht, dann böte es mir auch im Großen Bild. Tolle neue Einstiege, aber im Moment, tja, was soll man sagen? Na gut, also insofern das gleiche Bild auch beim S&P. Ich habe hier auch nochmal die Andeutung. Ja, ich rechne mit dem Rücksetzer. Nein, ich sehe ihn aktuell nicht. Ich sehe keine echte Ambition, dass der Kurs dreht. Hier bei keinem Chartsegment hier. Ja, mal so ein bisschen Intraday-mäßig kann man hier mal so den Eindruck haben. Aber auch das wieder der Hinweis, wenn ihr unbedingt noch Long gehen wollt, dann wartet auf solche Rücksetzer. Also hier ein besonders schöner war im Prinzip das hier. Also das ist etwas, was ich besonders attraktiv finde, wenn wir eine starke Seite hatten. Vorher kam der Kurs von oben. Also hier war höher als das. Das hier war eine starke Aufwärtsseite. Anschließend sind wir korrektiv im Verhältnis runtergekommen. Idealerweise in diese Box rein, die ich immer wieder erwähne, 38, 50, 61, 8. Das muss nicht, aber kann gerne auch exakt an der FIBO-Linie liegen. Wenn ihr dann ein Zwischenhoch habt oder wenn ihr auf Kerzen achtet und ihr seht dann irgendwo in diesem Bereich eine Umkehrkerze, wie es dann hier im 5-Minuten-Chart gab, dann ist das etwas, was man auf dem Plan hat. Es ist im Großen genauso handelbar wie im 5-Minuten-Chart. Wenn ihr also sagt, ich gucke gerne auch mal Intraday, bietet euch das Einstiegsmöglichkeiten. Achtet halt darauf, wenn ihr Intraday mal gucken wollt, hier mit dem Video. Das kommt natürlich ja nur einmal am Tag. Da kann ich dann nicht zwischendurch dann jederzeit gewähr bei Fuß stehen und sagen, jetzt mache ich dann euch schnell ein Video. Bis ihr das Video habt, ist die Situation eh rum. Aber wenn ihr sowas selber seht und sagt, Mensch, klasse, jetzt habe ich es gesehen, das ist ja relativ einhellig gewesen hier, relativ deutlich gewesen, ja, dann nehmt halt solche Situationen mit. Wenn ihr es nicht klar erkennt, dann macht da halt auch mal nichts. Das ist keine Schande für einen Händler, nur die Situationen, die gut aussehen. Da sollte man zumindest immer wieder mal die ein oder andere mitnehmen. Ich hatte eben gerade eine Aktie, wo ich mich geärgert habe, da war ich etwas zu spät mit dem Einstieg. Das war quasi das gleiche Prinzip, was ich hier hatte, nur auf Tagesebene. Das habe ich aber zu spät gesehen, als ich die Order vorbereitet hatte, schoss er schon durch. Ihr seht, also das kann durchaus passieren. Ärgert euch da nicht drüber, sondern sagt, geil, das funktioniert ja immer wieder. Nämlich halt die nächste Variante. Das kommt immer wieder vor. Na gut, also das ist ein Schwank aus meinem Leben. Das muss euch nicht so sehr stören. Auf jeden Fall der Nasdaq ebenfalls jetzt erst mal nach oben. Wir hatten ja hier schon mal angedacht. Der hatte tatsächlich hier ein Umkehrsignal. Und ihr seht, der Kurs ist erst mal runtergegangen. Aber wir hatten es ja erwähnt, diese Abwärtsbewegung sah eben völlig lust- und kraftlos aus mit den mehrfachen Überschneidungen. Das war alles korrektiv, weil dreiwellige intern und alles, das machte gar nicht so einen richtigen Sinn für die Short-Seite. Also wer da Short gegangen war, völlig in Ordnung. Nur da war dann die Überlegung, ja gut, zieh halt den Stop irgendwie hinterher, wenn er schon keinen Bock hat nach unten. Dann konnte man halt sagen, dann zieht man ihn halt im Prinzip nahe den Einstieg, ob das jetzt leicht im Plus oder leicht im Minus war. Das war ein Nuller-Trade mehr oder weniger mit einer Chance für abwärts, die die Marktteilnehmer aber noch nicht nutzen wollten. Im Gegenteil, auch hier geht es nach oben. Und dementsprechend das gleiche Prinzip, solange die Aufwärtsbewegung recht stark ist und die Abwärtsbewegung korrektiv, sind das Chancen eben einzusteigen. Und das könnt ihr im Kleinen wie im Großen Bild machen. Also nehmt solche Chancen gegebenenfalls wahr. Umkehr, bitte, bitte nicht übermütig werden und sagen, na, der Kurs kann nicht fallen. Rechnet damit. Das heißt, überlegt euch, wie für euch eine sinnvolle Stop-Strategie ist. Ich weiß, viele sagen, du musst mir sagen, wo der Stop idealerweise liegt. Naja, das Problem ist, ihr müsst euch überlegen, ob ihr häufiger aktiv werden wollt, dann lieber engere Stop und sichert euch Gewinne ab. Oder ob ihr sagt, na komm, ich will da nicht da und reinfuschen wollen. Dann müsst ihr weitere Stops haben, aber eben auch hinnehmen, dass es zwischendurch mal zum Dreh kommen kann. Im Moment sieht man das noch nicht so richtig, dass sich das abzeichnet. Und insofern muss man noch keine große Sorge haben. Aber achtet da ein bisschen drauf, ob ihr entsprechende Anzeichen im Chart seht, solche Umkehrkerzen. Denkt allerdings dran, hier könnte man auch spontan sagen, das ist doch so eine, Rüdiger, warum erwähnst du die nicht? Weil das ist noch keine Umkehrkerze, denn diese Kerze hat gerade mal ein Viertel ihrer Zeit gesehen. Das heißt, die kann am Ende dieser Periode noch fettgrün werden. Sie könnte aber auch massiv rot sein oder auch so ähnlich bleiben. Also da muss man abwarten, bis die fertig ist. Vorher kann man hier noch nicht sagen, wie die dann letztendlich aussehen soll. Aber das vielleicht noch so als kleiner Hinweis dazu. So, insofern meine Ideen zum Markt, zur aktuellen Einschätzung. Ich hoffe, dass ihr damit was anfangen könnt, dass euch das ein bisschen Hilfe ist. Eine Motivation gegebenenfalls auch mal selber drauf zu gucken. Und zwar auf was? Na gut, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Sonst schaut euch das Video nochmal an euch. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.